Hi Leute, heute spiele ich nochmal Driving School Sim 2020. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Ich weiß, dass es ein Seat ist, aber ich weiß nicht welcher. Wer das von euch weiß, kann es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Mir gefällt das Auto sehr. Ich muss erstmal gucken, nicht noch, dass mir hier jemand reinfährt. Das wäre ja furchtbar. Das ist ja erst neu mein Auto. Hallo, ich bremse. Nicht schon wieder. Ups, ich bin zu schnell gefahren. Ich kann ja mal hier runter an den Strand fahren. Kann man hier umfahren? Oh, man kann durchfahren, okay. Das Wasser kann man aber fahren. Ups, mein armes Auto. Na, sieht noch alles aus wie neu. Jetzt darf man 60 fahren. Das nutze ich gleich mal. Und überholen die anderen. Die fahren so langsam. Nein, mein schönes Auto. Alles ist gut. So, vorsichtig. So, hier ist schon das Ziel. Oh, nein, mein Auto, mein Auto. Hallo, ich bremse schon wieder. Geschafft. Ich habe Gold bekommen, ja. Das war es dann auch schon vom Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.